Das ist das, was den Schlauch da ein bisschen so zu blieben. Im Prinzip pumpt er da Blut rein, oder wat wat ich? Okay, so, wo man mögen die Survivor zu sein? Ich würde sagen, da. Survivor. Ey, hallo, Felix. Oh mein Gott. Der war auf einmal da. Oh mein Gott, der war auf einmal da. Felix, ich würde sagen... Achso. Schmeiß sie runter, schmeiß sie runter. Chat, im Prinzip, die Animation war schon fertig abgelaufen. Und ich drück die ganze Zeit er, er, er. Und es passiert nichts. Und es passiert verfickt nochmal nichts. Warum? Kann Zombies getriggert? Da hinten auf jeden Fall. Wir müssen sie alle kriegen. Da ist keiner. Da ist auch keiner. Achso, da rinnt einer hoch. Können, rinnt ich auch gleich hoch. Da ist ein Zombie getriggert. Oh, das tut mir leid, aber irgendwie. Ey. Misses. Ich fang mal an zu. Moin. 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 Ich würde sagen, so geht das. Ey, wo ist dieses hessige Ding hier? Hä, wo ist sie hin? Ah, da. Leider bin ich schneller als du, deswegen kannst du mich nicht anleuchten. Tja, ist das blöd. Ja, ist es. Zombie auffassen. Gib ein bisschen Deckung. Nice. Ich weiß gar nicht, was für Addons ich mit habe. Ey. Könnte nichts. Oh, shit. Äh. Ey. Ich weiß nicht, ey. Oh. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ey. online hatte hatte etwa in der hat gehabt warum nicht beim ersten mal die anderen das war das was ich habe ich krieg ich krieg in der fangming ich habe so lange ich den keller mehr gespielt oh nein bist du da ich bin auch da wir sind schon stufe 3 wo wusste ich gar nicht aber gerade bekommen oder wie soll ich das verstehen es tut mir leid man das war keine absicht dabei dabei hatte keine so gutes getan so die anderen sind dort die werden sich jetzt die werden jetzt erstmal tom heilen jetzt haben wir sind oben an den gen wieder herangegangen was die 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 Ich springe jetzt durchs Fenster. Boah, ist ja nicht kenne euch. Äh, wir müssen entweder dort oder dort hin. Ey Tom, wenn ich dich kriege, bist du tot. Weißt du das? Ja, natürlich weißt du das. Oh, da würde ich nicht hingehen. Oh, wo war dein Deadhater? Ich würde sagen, das ist fehlgeschlagen, wa? Und der Distract wahrscheinlich auch, wenn du einen hattest. So, Zombies seien getriggert, das ist schon mal nice. Das heißt, ich weiß, wo der Nächste ist oder die Nächste oder die Nächsten. Aber man kann echt nicht mehr durch Sachen hören. Das finde ich echt nicht mehr belohnt. Ich bin unterwegs. Hä, wieso jagt man da noch nicht? Angetäuscht, wa? Kein Deadhater. Oh, da ist sogar jemand. Wie nice. Ey. Ander. Oh. Ich glaube, den Jendor links, den werde ich... Die ist tot. Zombie, aufwachen. Oder du bist verbuggt. Eins. Ach, Jake. Äh, Jake sag ich schon. Wie Felix. Das war kein Hit. Bitte. Let's stick a fight here. Hallo. No. So und jetzt holen wir ihn. Jetzt holen wir Felix. Ich habe das Gefühl, dass der Dude unten ist. Nein, da ist er. Okay, das... Das reicht auf jeden Fall nicht mehr aus. Auf Marty verzichten wir erst mal. Ja, für Marty tut es mir leid. Martin hat einen Ping von... 60, aber es wird rot angezeigt. Das heißt, der springt ab und zu mal, keine Ahnung, von 60 auf 100, auf 200, auf 300. Es wird auf jeden Fall rot angezeigt. Warum? Das heißt eigentlich, dass er Ping instabil ist. Jetzt sieht er eigentlich, ja, im Gegensatz zu den einen oder anderen, halt normal aus. Aber irgendwie... Naja. Einfach weg mit euch. Guck mal, wie die hier verpackt rumstehen. Das gibt es nicht. Das ist nicht der Einfach verpackt rumstehen. Untertitelung des ZDF, 2020